Musik Bei mir befindet sich nun Hasty Gerges, ja wenige Sekunden nach seinem Sieg über Carter Williams, den er vorzeitig besiegen konnte, vor allem mit sehr, sehr starken Low-Kicks und sehr, sehr starken Kniestößen. Hasty, danke für die Zeit zu machen. Für diese Interview hast du einfach mit sehr starken Low-Kicks, mit sehr starken Low-Kicks und sehr starken Knie zu dem Körper. Was ist das deine Strategie, um ihn mit sehr starken Lack-Kicks zu halten, um ihn immobil zu halten? Er ist jetzt ein Boxer, wir haben einige Kampf und wir haben ein Spielplan mit meinen Trainern, um nicht zu Boxen mit ihm zu halten. Er war nur Low-Kicks und nicht Block. Aber ich denke, es war einfacher. Aber ich denke, es war einfacher mit diesen Top-Fightern. Aber ich habe gewonnen. Ich denke, es war ein guter Hard-Fight. Und ich denke, die audience mag es. Ich denke, es war ein leichter Fight. Er kam direkt vorhanden. Hittet dich mit ein paar Punchen. Wir sehen, dass dein Nose sehr blöde ist. Wie hast du die Punchen? Wann du manchmal rocken? Er hat dich wirklich ein paar Mal gemacht. Aber du hast es gut gemacht. Ja, ich bin immer noch dran. Ich bin immer noch dran. In meinem Gym habe ich viele Hübsche, wir spartieren jeden Tag. Ich spartieren jeden Tag. Das ist für mich nur Sporting. Es ist wie Sporting. Ich bin immer dran dran. Es ist kein Problem. Die Hard-Fight ist die Training. Ja, die Hard-Fight ist die Training. Natürlich ist es auch hart. Aber ich nehme diese Punchen fast jeden Tag. Ich habe ihn in der zweiten Runde gespielt. Bitte erzähl uns die Endung. Wer noch nicht gesehen hat? Die Endung war ein Knie. Ich habe mich auf den Knie gefreut. Ich habe ihn mit einem Knie gefreut. Ich habe ihn mit einem Knie gefreut. Ich habe ihn immer wieder gefreut. Dann habe ich ihm das Knie. Ich habe ihn mit einem Knie gefreut. Es ist vorbei. All right Hastie. Vielen Dank für die Zeit. Ich habe dich jetzt etwas zu tun. Ich will dich nicht aufhören. Danke schön. Danke schön.